Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 28. August 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 879 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Transkription, Hotelassistent, Dark Modus, Kiox, Big Legs und Huawei Sound X. Also drei mindestens Fast-Wörter, die man kaum aussprechen kann. Und da rechne ich Transkription gleich mit ein. Das ist nämlich das erste Wort. Ich habe fleißig geübt, dass ich das über die Lippen bekomme. Genau, Microsoft hat schon länger angekündigt, dass sie eine Transkriptionsfähigkeit in ihre Office-Anwendungen reinbringen will. Hat das auch immer wieder mal ein bisschen ausprobiert, getestet. Bei den Insidern konnte man sich das schon ein bisschen anschauen. Jetzt kommt das Feature in die Office-Anwendung, genauer gesagt in Word. Das heisst, man braucht kein zusätzlicher App, kein zusätzlicher Dienst, um das Ganze zu nutzen. Man kann die Audiospur direkt in Word öffnen. Es wird analysiert und dann in Text umgewandelt. Leider aber funktioniert das Ganze nur in den Staaten. Das heisst, nur über Rechner oder Office 365 oder Microsoft 365 Suiten, die mit amerikanischen Datensender verknüpft sind und damit dann auch das Ganze auslesen können. Ein bisschen KI darüber schmeissen und den ganzen Text dann in Textform zu erhalten. Ich freue mich ja schon drauf, wenn das kommt und bei uns, also in Deutsch und schlussendlich dann auch recht gut funktioniert, dann könnte man zum Beispiel auch solche Podcasts mal im Text umwandeln. Mal schauen, vielleicht irgendwann dann in näherer Zukunft. Google hat ja einige Smartspeaker draussen im Markt, die auch fleissig und manchmal nicht ganz so fleissig genutzt werden. Und da möchte Google jetzt seinen Markt erweitern. Wie macht man das? Nachdem man bei den Privatpersonen das versucht hat. Man geht in den Bereich Business und da prädestiniert sich eigentlich die Hotelbranche dafür. Denn was passiert in so einen Hotels? Ein Gast, der will einen Wecker stellen. Ein Gast, der will eine Pizza ordnen. Ein Gast, der will ein Club-Sandwich ordnen. Ein Gast, der will ein Handtuch ordnen, weil es nicht da war. Ein Gast will das Thermostat hochdrehen, den Ventilator zurück schrauben und, und, und. Und das sind alles Dinge, die in jedem Hotel ein bisschen anders funktionieren. Beim einen über das Telefon, die anderen haben irgendwie lustige Knöpfchen. Und der wiederum andere hat dann schon irgendwelche Smart-Home-Lösungen. Und jetzt hat Google ein Smart-Assistent vorgestellt, ein Smart-Display, das für Hotels funktionieren soll. Da können sich die Hotels mit einbinden, mit eigenen Geschichten. Aber eben so standardisierte Lösungen, wo früher das Telefon nötig war oder eben andere Dienste, können dann darüber geregelt werden. Ich finde die Idee spannend. Ob jeder ein Google bei sich im Schlafzimmer haben möchte, auch draussen im Hotel, ist dann die andere Frage. Vor allem, wenn man anders unterwegs ist, als man sonst vielleicht unterwegs ist. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ein bisschen Aluhut natürlich mit dabei. Aber grundsätzlich finde ich die Idee spannend, weil, ja, Einfachheit und der Mensch kennt das schon von zu Hause, wenn er es nutzt. Weiter geht es mit Smart-Home und mit Google. Google hat dazu eine App. Und wie all die Google-Apps werden die sehr, sehr, sehr verhalten geupdatet. So hat es ganz lange gedauert, bis die Gmail-App mal irgendwann Dark-Modus bekommen hat. Und jetzt hat die Google-Home-App endlich ein Dark-Home. Ein Dark-Home, genau. Ein Dark-Room. Mein Gott, jetzt geht es dann bald wieder. Ein Dark-Modus bekommen. Zusätzlich haben sie auch die Yale-Schloss, die man jetzt mit integrieren kann. Man hat den Home-View, also so wie man es von Apple Home kennt, die grossen Schaltflächen auf dem Hauptscreen, wo man dann sieht, ist die Lampe an oder ist das Gerät an oder raus, schnell reagieren kann etc. Plus auch, was man von Apple HomeKit her kennt, direkt schon ein Preview-Bild von der Kamera, also einen aktuellen Snapshot. Einmal draufklicken und dann ist es schon in der Kamera drin. Solche Dinge gefallen mir bei Apple und deshalb bin ich froh, gibt es das jetzt auch bei Google, weil wir ja beide Systeme bedienen, kann ich da einfacher von einem zum anderen switchen. Kiox ist der Bordcomputer der Bosch E-Bike Serie, den man optional dazukaufen kann bei diversen Bosch betriebenen E-Bikes und der hat jetzt ein Update bekommen, das sehr praktisch ist. Bis jetzt war ich immer mit dem TomTom Vio unterwegs, das ist so ein kleines Display, was Befehle oder Richtungsbefehle, Navigationsbefehle bekommen hat vom Smartphone, also von der Karte vom Smartphone und das dann vereinfacht dargestellt hat. Und das kann jetzt eben der Bordcomputer auch mit dem neuesten Update über Bluetooth verbunden mit dem Smartphone und es blendet euch die Wegrichtung an etc. Wer sich dafür interessiert, schaut mal in den Shownotes, ist ein Link drin zum batterybike.ch-blog. Weiter geht's mit dem Bückleck, keine Ahnung wie man das richtig ausspricht, ist was Schwedisches und was Schwedisches ist vielfach was von Ikea, das lässt ja mein Herz höher schwingen. Und ein anderes Thema, das mein Herz höher schwingen lässt, neben den ganzen Gadgets und den Podcasten, ist Lego. Und da verbinden sich zwei Leidenschaften, Ikea und Lego. Die haben jetzt eine Kooperation, die bringen nämlich Aufbewahrboxen raus, für die man zum Verstauen von Lego zum Beispiel gebrauchen kann, aber gleichzeitig auch zum Spielen mit Lego gebrauchen kann. Das erinnert mich ganz stark, das habe ich auch im hinterlegten Link auf daily.geektalk.ch oder in den Shownotes eures Podcatchers zum Anklicken drauf. An meine MacBook-Hülle, die ich mal hatte, wo ich da auch so eine Lego-Platte hatte und wo ich darauf Lego spielen konnte, egal wo ich gerade war. Das ist mit den Boxen auch möglich. Ich finde das wirklich eine ganz tolle Idee und freue mich. Das kommt nämlich per 1. Oktober in die Ikeas dieser Welt. Und wenn ich den Twitter-Account von Ikea Schweiz richtig gedeutet habe, kommt das nicht nur in Deutschland und vielen anderen Ländern, sondern auch zu uns in der Schweiz. Und da freue ich mich drauf. Und sowas freue ich mich drauf. Ja, mal schauen. Ich freue mich, wie gesagt. Zu guter Letzt war heute ein Huawei-Event bei uns hier in der Schweiz. Konnte leider nicht mit dabei sein. Da wurde vorgestellt, dass Huawei Sound X, für diejenigen, die sich nichts damit darunter vorstellen können, das ist ein, in Anführungs-Schlusszeichen, smarter Speaker. Es ist vor allem in der Schweizer Version ein Speaker. Und nicht wie das in China und ein paar anderen Länder erhältliche Celia, wie der Smart Assistant Celia, wo eben neben der Box auch noch eben ein Smart Assistant drin ist, wie man es von Google, von Apple und von anderen her kennt. Und die Box, also das Huawei Sound X, ist wie gesagt ab heute im Schweizer Detailhandel erhältlich ab, ich glaube, irgendwas um die 300 Währungseinheiten. Das Eindrückliche, ich habe es in zwei, drei Stories gesehen, ist, dass das Innere vom Lautsprecher natürlich richtig stark vibriert und hantiert, es aber nicht nach außen mitträgt. 3,5 Kilo bringt das Teil auf die Waage und hat auch ein bisschen Technik drin, was die Hoffnung offen lässt, zumindest, dass vielleicht doch mal irgendwas, oder der Smart Speaker, also der Assistist, mein Gott, der smarte Assistant von Huawei, das Celia, wie man es auch immer aussprechen mag, vielleicht doch noch nachgerüstet dann auch noch kommt. Wer weiss, wer weiss. Mal schauen, vielleicht teste ich den in nächster Zeit mal für euch, wenn ihr mögt. In diesem Sinne, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Und heute ist auch dieser Freitag, dieser ominöse Freitag, auf den sich so viele Menschen freuen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen und schönen Tag und danach, wenn ihr frei habt, ein schönes und erfolgreiches Wochenende für alle unsere Hörer, und das haben wir auch einige, die am Wochenende arbeiten dürfen, müssen, können, denen natürlich auch ein tolles Wochenende arbeitet fleissig und freut euch auf eure freien Tage dann in der nächsten Woche. Und nächste Woche ist ein gutes Stichwort. Nächste Woche wird euch sehr wahrscheinlich wieder der Achim begleiten. In diesem Sinne, viel Spass und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.